19.40 Uhr ist das schon. Hier ist GZSZ! Schade. Bin aber ziemlich erstaunt, dass wir die Stuntren jetzt alle beim ersten Mal geschafft haben. Das war ja schon mal eine Zeit lang nicht so. Aber mir soll es recht sein. Oh, guck mal hier unten. Geil. Hier können wir schön Punkte sammeln. Ei, ei, ei. Geil. Okay, wir müssen einfach nur zur Manners Avenue runter. Da können wir einen Haufen Punkte sammeln. Sollte es sich ergeben. Ist klar. Also unten, wo diese Hauptstraße auseinander geht. Weil die Punkte fehlen ja dann alle, die Orientierungspunkte. Die vielfarbigen. Hier müsste ja... Ne, hier ist keine Rampe. Hier ist keine Rampe. Was? Was? Ah, 190.000 in einer Minute 15. Ich sag mal, die Zeit ist egal. Das können auch von mir aus 15 Sekunden sein. Äh, okay. Wo waren wir jetzt? Hier unten, ne? Und hier steht keine Rampe. Das ist schon mal komisch. Hm. Okay, können wir hier hoch? Hier konnten wir doch hoch, ne? Dann machen wir das einfach mal. Und holen uns mal die Werbetafel hier. Denn jeder Multiplikator ist kostbar. Das war auch schon wieder sehr knapp gerade. Mann, 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 ey. So, dann probieren wir es hier gleich nochmal. Yay. Gut, das gab unglaubliche Nullpunkte. Aber den Sprung hat er uns gut geschrieben. Okay. Wir müssen jetzt hier mal immer ein bisschen Ausschau halten. Vielleicht stehen auch hier unten mal Rampen. Oder so allgemein. Guck mal, hier sind noch Smashers. Die nehmen wir einfach mit. Kein Ding. Ja, die Zeit ist schon rum. Ja, dann machen wir das nochmal, ne? Hier können wir auch eine Barrelroll probieren. Rein theoretisch. Und dann können wir da hinten hochfahren. Klingt gut, oder? So, da darf jetzt mal bitte kein Auto kommen da vorne. Danke. Schade. Ich habe sie nicht gut genug erwischt. Ja, das war doof. Oh, 7100. Das ist ziemlich blamabel. Fahr mal nicht weg, Auto. Das ist so bescheuert. Wirklich. Ähm. Los, probieren wir nochmal. Also hier hinten auf der Straße gibt es viel zu holen. Oben auf die Gleise rauf. Auf den Werbetafeln. Supersprung. Ich würde trotzdem die Werbetafel von unten gleich nochmal holen. Ja. Ähm. Es liebt von dir, Atomica. Aber du hast es ja nun schon ein paar Mal gesagt. So, komm. Nach unten erstmal, bitte. Für'se Werbetafel over here. Aber dann brauchen wir ja nicht weiter lange suchen. Weißt du? Dann können wir gleich wieder hochfahren. Weil hier unten gab es ja außer den Passmeshes nichts weiter. 2.500. Jawohl. Ähm. Gab es hier hinten eigentlich noch irgendwas? Guck mal, was ist denn das hier? Nichts. Das ist einfach nichts. Okay, dann machen wir erstmal. Wir probieren nochmal eine Barrel Roll. Es kann doch so schwer nicht sein. Weg, Autos. Das war richtig gut. Ist die Zeit schon um? Ne. Oh, Glück gehabt. Wieso funktioniert das? Ich hab doch mit dieser fetten Karre. Mit dem 4X4. Habe ich doch hier einen Haufen. Also einen Haufen. Genau. Eine Barrel hingekriegt. Aber dass ich sie überhaupt hingekriegt habe mit diesem Auto. Das ist ja das eigentlich verwunderliche. Gibt es hier auch nochmal was? Nö. Mist. Dann fahren wir gleich mal im Kringel zurück. Ach, na die 5.670 Punkte, die sind jetzt auch nicht so unbedingt die beste Grundlage. Muss man jetzt mal dazu sagen. Hier gab es auch leider nichts dafür. Jetzt muss ich mal schnell den Ort des Geschehens wiederfinden. Ich sag mal, wir könnten hier hochfahren. Rein theoretisch. Aber natürlich wie immer die Gefahr, dass wir es verkacken. Supersprung, aber nur ein Multiplikator. Die Sprungzeit war nicht ausreichend. Gut. Ins Parkhaus würde ich jetzt ungern hochfahren. Weil, wie gesagt, da für mich persönlich die Gefahr immer zu groß ist, dass wir uns schrotten. Holen wir uns also lieber nochmal diese Werbetafel hier. Und jetzt ist die Frage, wo fahren wir lang? Wir können hier mal hochfahren. In der Hoffnung, da oben ist nicht irgendwas, was uns kaputt macht. Ach, immer dann mal lieber anhalten. So, hier ist der formaldeite Supersprung. Weißt du was? Dann machen wir den Supersprung einfach ohne. Ohne Barrelroll. Ist ja egal. Und dann können wir nochmal hoch auf die Gleise. Und dann sollten wir uns doch dann irgendwie zusammenkriegen. Kinnasch. Dann machen wir es halt so. Oh, ist okay. Ist okay. Die Frage ist, ähm, zählt derselbe Supersprung auch nochmal von der anderen Seite? Oh Gott, das könnte nicht reichen. Stunt misslung. Gut, okay. Hier kriege ich jetzt einen Sprungzeit-Modiplikator, oder was? Äh. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo es hier runter geht. Siehst du, hier geht es nämlich runter. Und das wäre ja nun wirklich doof. Guck erstmal, was hier oben noch abgeht. Zwischendrin immer mal wieder boosten. Da gibt es noch einen Supersprung. Dann nehmen wir den doch einfach mal. Was? Der zählt als einer? Unfassbar. Das war relativ knapp. Ja, okay. Ich weiß das. Dann fahren wir jetzt nochmal von der anderen Seite hoch auf die Gleise. Das sollte ja zu schaffen sein. Äh. Nicht die Kombi verlieren. Das wäre blöd. Um nicht Scheiße zu sagen. Ja, ja. Ich weiß, dass der Stunt misslungen ist. Schon klar. Dann frage ich mich aber auch, wieso ihr die Werbetafel wieder hinstellt. So, das scheint sich jetzt hier doch irgendwie zu ziehen. Dann fahren wir einfach mal hier so drüber. Ach, guck mal. Jetzt sind wir im Park. Sehr gut. Wie soll ich denn diesen Super... Fahr mal bitte weg. Wie soll ich denn den Supersprung nehmen? Können wir hier irgendwo reinfallen? Nö. Das zählt als Supersprung. Na, ich bin mir ja nicht so sicher. Ist das nochmal einer? Tatsächlich. Unfassbar. Ist ja unfassbar. Er ist ja noch beschissener als sie. Das hier auch nochmal? Ne, das ist der von eben. Oh, jetzt hätte ich... Oh, das war... Nicht so unknapp, sage ich mal. Wir haben es auch bald geschafft. Es fehlen, glaube ich, noch so um die 15.000 oder 18.000, 16.000, irgend sowas. Ich dachte jetzt, ich komme mal hier rauf. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich hier jemals war. Nicht die Kombi kaputt machen, bitte. Na also. Ähm. Wieder hoch. Ja. Ich wollte eigentlich mal an die Werbetafeln da hinten. Wie komme ich denn mal ran, bitte? Ach, hier. Haha. Okay. Wollen wir uns nochmal 245 Punkte rückwärts fahren, die wir, glaube ich, gar nicht gekriegt haben. Ähm, so. Reicht das schon? Ja, tut es. Weil das müssten 230.000 sein, ungefähr. Ja, 238.000. Haha. Die 7 Stuntwunder. Keine Ahnung, was es bedeutet. Noch 48 Sieger. Kriegen wir was? Nee. Dann denke ich, ist das Spiel dann auch so... Nee, dem geben wir mal lieber nichts. Okay. Äh, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmesession? Ich werde mal hoch zum Strandschrottplatz fahren. No? Damit wir dann dort in der nächsten Aufnahme gleich anfangen können. Höh! Das ist übrigens, glaube ich, eine der Rampen gewesen, auf der man Barrels ohne Probleme machen kann. Trotz, dass es so aussah. Konnte man da nicht reinfahren. Oh, nee, der Mist hier. Super Jump! Sollten wir uns auch merken, dass hier dieser blöde Super Jump ist, den sollte man allerdings von dieser Seite hier machen. Sonst läuft man in Gefahr, sein Auto kaputt zu fahren. So. Ja. Fahr jetzt noch schnell zum Schroddy. Indem wir jetzt hier in die Patterson F einfahren. Und einen Totalschaden haben. Ja, Leute. Gehört immer mit dazu. Immer. Ich, hallo? Wo werde ich denn aufgesetzt? Ama! Das kann nicht dein Ernst sein. So. Und hier oben ist jetzt Schlutz. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Ähm Ich werde mir mal ein schönes Tempo-Auto organisieren Ne, den Kabel, den möchte ich eigentlich nicht benutzen Das fürchterliche Auto Will ich eigentlich auch nicht benutzen Mal den einfach mal nehmen Dann nehmen wir mal doch den hier Also nicht jetzt natürlich Meine lieben Freunde Dann war es das für diese Aufnahmesession 76% über 2900 Kilometer Ein Abschuss Ja, der ist über Schall 8 Fehlt noch Zeitstraßenrekorde, immerhin 25 Können wir nochmal gucken 290.000 Punkte sind Highscore Okay Bester Drift, den haben wir in dieser Session aufgestellt Bester Spin haben wir, glaube ich, auch heute gemacht Aha Gut Noch 48 Siege Ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin Hoffe ich zumindest Äh Dann wünsche ich euch jetzt bei dem, was ihr jetzt nicht, das tut Ganz, ganz viel Spaß 19.40 Uhr ist das schon Hier ist GZSZ Nein, die sind jetzt vorbei Ich wünsche euch was Und bis zum nächsten Mal Und bis denn Euer Timi von C-Movie Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.